Wegen dem Schnee? Alter ist das ne geile, Alter das ist ne richtig geile Strecke Wo ist der denn der Peter? Warte, warte, warte Warte komm ich jetzt hier wieder am besten hoch Oh das ist ein fetter Oh oh Tschüss Peter Moin Ach du Scheiße Ich kann das nicht lenken Alter wie geht das denn hier ab? Ach du Scheiße Ich kann das nicht lenken Schlitten in ne Herde von 5 von diesen Kanonen reingekracht Die rennen dir alle hinterher man Moin Meister Wie geht der Scheiß ab? Alter Was brüllt der mich denn so an? Oh nein Was brüllt der mich denn so an? Was brüllt der denn noch hier? Ich bin hier klar ne OP Wo ist er? Ist der runtergefetzt? Boah ich geb jetzt auch richtig Gas von hier oben Da kommt mir so ein Vieh hinterher gerannt Ja komm mal ran dann hau ich ab Und tschüss Du fettes Vieh das hält mich an Hörst du nicht? Hörst du nicht? Hörst du nicht? Hörst du nicht? Auf und an mir dran stehen Ja Was? Was ist mit diesem Spiel ey? Medikamenten mann hier von links Da Hörst du mal Ach du scheiße Was ist? Hm ich bin im Tümpel gelandet Was ist das mit dir alter Asse? Oh fuck Voll im Sumpf ey they´re Mega nice Wo ist denn der Medikament Mani? Despawned Was sitzt der denn da? den sieht man ja gar nicht in Undercover der Undercover-Typ ach, da ist der Medikamenten-Money ach, du Scheiße ach, du Scheiße das ist für eine verkohlte Schlampe verkohlte Schlampe alter Abfahrt ach, du Scheiße ich rieche den ey, ich habe eine richtig geile Abfahrt gefunden ich finde die aus der Schnee wird aber irgendwie geil der Rampe da noch wieso brenne ich? aua wieso brenne ich? hubschrauber Einsatz ich zeige euch mal ach, du Scheiße ich zeige euch mal eine richtige Abfahrt Peter was ist das denn hier? komischer Bug komischer Bug vom Bug hier ist meine neue Abfahrt hier oben das steile Ding alter 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 psycho imes Kopf wie hoch war der denn in der Luft? ach, du Scheiße ach, du Scheiße juhu wie der da jetzt so drüber geflogen kommt versuch wo ist er? wo ist er? da könnte er? was ist das denn für ein Flug, ey? boah, jetzt hier die Rampe, ey was ist denn mit dem Vieh? ha, 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 ha Was habe ich damit bekommen? Ja, flypfe! Buzzer! Spitz, versuch, dann kann man diese Sprungschancen umhängen. Was der Typ von der Abfahrt macht, ey! Ach du Scheiße! Ihr könnt nicht sehen, wie es der Typ von der Abfahrt macht. Alle sind die Überbauung, die sind die Abfahrt macht. Ja, dann kümmere ich umgehen, dass sie da ist. Das war gut! Ja, das ist ein Aufbauung. Das ist ein Aufbauung. Was ist das gesichert? Bauen wir nicht. Mist. Wo steht das Ding? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo sind sie? Alter, bau da oben bitte mal eine Rampe hin. Meinst du die Bremse nicht, ey? Nee. Was ist das denn? Was hat der gemacht, der Psycho? Ich weiß es gar nicht, was er hier macht. Was ist das? Ach zum draufstellen oder was? Geil. Was ist mit dem Psycho? Alter. 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 Bist du abgeschmiert? Ja. Bist du tost? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bist du abgeschmiert? Ja. Bist du abgeschmiert? Bist du abgeschmiert? Gäste abgeschmiert. Bist du abgeschmiert? Boah, ich wiese das nicht. Hey, sind schon wieder Wichser. Was machen die hier? Hey, Schneewald ist richtig schlimm, Mann. Schönes Ding. Der ist ins Feuer gelaufen. Ich muss was zu fressen machen. Jürich. Alter. Das ist der Todessprung. Da ist der Todessprung. Kommt sie an da jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter. Ich bin aber nicht genau drauf gekommen. Nee. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Will? Selb, Alter. Genüsslich. Jetzt kommt er. Du bist nicht. Jetzt geht's ab. Ich hebe ab. Nix hält mich am Boden. Wo ist er? Alter, Götter. Der Götter. Was? Alter. Die Sprung, äh, die Sprungschatze hier drüge. Dann, äh... Nee, auch kurz. Ich will nur neben ein bisschen dran vorbei. Hm. Ich auch. Dann vorbeigekratzt. Du müsstest hier eigentlich so Steinmauer hinbekommen. Ja, 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 ja. Alter. Alter. Ich bin... Ich bin tot. Äh, tot? Nein, Medikamente. Alter. Ich hab nur das Blut gehabt. Dann seh ich den auch. Nee. Alter. Boah. Geiler Scheiß. Ich muss da gerade erst mal speichern, bevor ich wieder verrecke. Bevor ich es wieder verrecke. Ja, ja. Ach, du Scheiße. Guck mal. Alter. 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 So wet, I just want to make you wet. Ja sicher, sicher. Oh ja, ein paar Chips. Was? Köstlich. Ja. Mehr. Boah, jetzt knallt's, ey. Wir sind da oben am Brennen. Alter. So, jetzt schieb ich mir mal richtig ein. So. Alter. Alter. Ich bin einfach bis hierhin geflogen. Ey Junge. Alter scheiße, wie kommt der denn angefetzt? Alter. 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 Ich bin tot. Oder? Ne, noch nicht. Ganz kurz, noch knapp ey. Ich hab nen grauen Bildschirm. Pädometer. 24.690 Schritte. Von Pädometer? Hälfte haste. 50.000. 50.000 Trophäe. So Allah, jetzt wird geknallt. Neu Schiff. Skispringen! Psycho! Alter. Ah! 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 Survival! Survival! Alter! Das sieht so krank aus. Das ist doch überlebt ey ey. Ich will nur dich wetter machen. Ich will nur dich wetter machen. Ein Stück Scheiße hier. Ach, ich geb ab. Ich geb ab. Alter, was nimmst du für nen Anlauf? Alter! 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 Oh, ich bin tot. Alter! Oh, hier unten sind Fette. Nicht dein Ernst? Oh ja, da sind Fette. Warte, ich komm dich retten. Oh, die Fette kommt ja schon auf dich zu. Oh, die Fette kommt ja schon auf dich zu. Oh, die Fette kommt ja schon auf dich zu. Bah! Alter! Du Mistgeburt! Ach du Scheiße! Was fällt der Fickse denn los? Oh, da kommen Babys. hat so viel mit der olympiade ja das war es mit der rodel olympiade